Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka, weiter geht's mit Disco Elysium. Und liebe Freunde, wenn ihr noch Freunde habt, die Aufrufzahlen fallen noch weiter. Gestern Abend oder beziehungsweise heute Abend, ich nehme es jetzt an einem Tag vorher auf, da war die Aufrufzahl für die letzte Folge bei sieben Aufrufen. Kim liest ja ein Buch hier, was ein Notizbuch in der Hand gehabt. Das haben wir noch nie gesehen. Also, wenn ihr noch ein paar Freunde habt, sagt mal Bescheid, das ist ja sehr traurig hier. Aber gut, wir machen trotzdem weiter. Wir haben erfahren beim letzten Mal, dass wir irgendwas mit Kakadus zu tun haben und dass wir uns im Buchladen mal erkundigen sollen. Ich wollte zu Joyce gehen. Pipi Lotter hat geschrieben, da müssen wir doch erstmal den Ausweis haben. Das stimmt, ich bin mir nicht sicher, ob wir sie nicht doch noch was anderes auch noch fragen können. Aber ich habe jetzt einen anderen Plan erstmal für heute. Wir werden uns jetzt erstmal wichtigerweise über Kakadus informieren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall ist uns das viel wichtiger als alles andere. Und zu Manjana nochmal gehen, weil uns da ja Kuno gesagt hat, dass wir von dem mehr über die Rüstung rausfinden sollten. Joyce, ich habe keine Lust rumzusuchen, obwohl da hinten war was über Fische, weiß ich noch. Oh, sie hat was. Sie haben die Hintertür gewaltsam geöffnet. Sie wirkt traurig und resigniert. Die Talismane, die Tür, jetzt ist alles weg. Dunkle, paranormale Energien fließen in meinen Laden. Das, äh... Manchmal lassen sich extreme Maßnahmen nicht vermeiden, würde ich sagen. Dann ist es jetzt wohl geschehen? Ihre Schultern sacken zusammen wie unter einem schweren Gewicht. Es gibt wohl keine in drinnen. Wovon reden Sie? Es ist bloß eine Tür. Bloß eine Tür? Dieser Laden ist verflucht, Officer. Dieses Gebiet wird nicht umsonst der verfluchte Gewerbeblock genannt. Wenn Sie wüssten, wie viele Firmen in diesem Gebäude Konkurs anmelden mussten. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Schließlich haben Sie alles verdorben und Sie haben die Tür demodiert, sodass der Fluch jetzt auch mich einholen wird. Sie schließt die Augen und murmelt etwas in Ihren Anhänger. Allmächtige Schar, betet sie, beschütze mich und mein ehrliches Unternehmen vor dem Fluch, der hinter dieser Tür lauert. Gesegnet sei dein Name. Ach, das tut mir leid. Von dem Fluch wusste ich ja gar nichts. Verflucht, aber ich dachte, den Fluch gäbe es nicht. Das ist jetzt ein bisschen schade, die Auswahlmöglichkeit. Ich würde eher gerne sagen, dass ich auch an den Fluch glaube. Ich dachte, den Fluch gäbe es gar nicht. Natürlich dachten Sie das. Sie sind ja nur ein Polizist. Niedergeschlagen zuckt sie mit den Schultern. Neuer Auftrag, erkunde den verfluchten Gewerbeblock. Na schön, wissen Sie was? Ich bin bereit, Sie Nachforschungen zum verfluchten Gewerbeblock anstellen zu lassen. Jetzt, wo es kein Zurück mehr gibt, bleibt mir nichts anderes übrig. Ihr Gesichtsausdruck ist nicht mehr gespielt. Jetzt siehst du die Neugier, die sich hinter Ihrer Angst verbirgt. Aber, bevor wir über anderes reden, sagen Sie es mir. Sind Sie dem bösen Wesen begegnet? Ihre Augen verengen sich, als sie den Namen flüstert. Ähm, dem Wesen? Ich glaube nicht. Oder natürlich, das Wesen. Ja, das werden wir sagen. Natürlich, das Wesen. Du schließt die Augen. Ich habe es nicht gesehen. Nur seine Präsenz gespürt. Ach, wirklich? Sie japst nach Luft. Dann muss es stimmen. Seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe, vermute ich, dass diese Energie in Form einer Frau mit dem Fluch zu tun haben muss. Haben Sie gesehen, dass sie in dem Kamin haust? Ja, das haben wir ja tatsächlich. Sie meinen den Kamin, der zum zentralen Heizofen gehört? Von dort habe ich Stimmen gehört. Nein, wir werden natürlich noch anders. Wir werden noch blumiger. Ein Kamin. Der Übergang von Himmel zur Hölle. Natürlich. Jetzt wird mir alles klar. Ja, dieser Kamin gehört zum zentralen Heizofen des Gebäudes. Und er ist riesig. Sie hat sich hinter einem Sicherheitsrollladen aus Metall verbarrikadiert. Wer weiß, was sie dort treibt. Wahrscheinlich übt sie irgendwelche unnatürliche Magie aus. Sie schaudert. Sie sollten das Wesen finden und fragen, was mit all den Firmen in diesem Gebäude geschehen ist. Und kommen Sie bitte wieder zu mir, wenn Sie mit ihm gesprochen haben. Ich muss unbedingt wissen, was das Wesen zu dem Fluch zu sagen hat. Wenn Sie dieses Rätsel wirklich knacken möchten, sollten wir wieder zum Heizofen gehen. Vielleicht könnten Sie in ihn hineinrufen oder irgendwie Krach machen. Ihnen wird sicher schon etwas einfallen, da bin ich mir sicher. Ich suche ein Buch über Kakadus. Ja, ich habe gleich noch ein paar Fragen zum Fluch. Aber die Kakadus, deswegen bin ich eigentlich gekommen. Also, haben Sie Bücher über Kakadus? Ein Buch über Kakadus? In der oberen Etage müssten wir eins haben. Direkt neben dem Regal mit den Biografien. Alles klar, dann werde ich da mal gucken gehen. Ich habe noch ein paar Fragen zum Fluch dann auch nochmal. Na schön, aber bitte nicht zu viele. Sie wirbt einen Blick auf die Vorhänge. Wir wollen ja nicht die Geister beunruhigen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, wie manifestiert sich dieser Fluch? Als die Frau sich in dem spärlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. Der Fluch ist viel schlimmer als alles, was Sie sich vorstellen können. Er ist eine Krankheit, die das Fundament zerfrisst. Ihre Stimme wird zu einem flüstern. Es ist der Fluch der finanziellen Not, des Ruins und des Bankrotts. Sie wirft erneut einen Blick auf die Vorhänge. Okay, jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Was genau bedeutet das? Oder, ah, Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanziellen Schwierigkeiten geraten sind. Ist das alles? Irgendwie hatte ich etwas Paranatürlicheres erwartet. Ähm, tja, mit Annette. Ich hatte es, ich hatte es heftiger erwartet. Irgendwie etwas Paranatürlicheres. Aber, Officer, es ist überhaupt nicht natürlich, dass ganze Firmen Konkurs anmelden. Ich rede von den Kokodämonen, die von schlechten Geschäftspraktiken und enttäuschenden Erfolgsrechnungen genähert werden. Irgendetwas stimmt mit diesem Gebäude nicht, so viel steht fest. Seit ich hier bin, spüre ich eine unheimliche Präsenz, als ob ich hier nicht erwünscht wäre. Haben Sie sich schon mal um Hilfe bemüht? Ja, ich habe zahlreiche Parapsychologen kontaktiert. Sogar zwei seminesische Mediatoren. Sie haben mir die Schutztalismane gegeben. Mit einem Nicken deutet sie auf ein seltsames, käfigförmiges Objekt an den Vorhängen. Die Talismane helfen, den Fluch in Schach zu halten und uns gegen die Dunkelheit im Inneren des Gebäudes zu schützen. Obwohl ich jetzt befürchte, dass sie nicht genügen werden. Ist ihr Anhänger... Moment. Ja, fragen wir erstmal ihren Anhänger ab. Ist ihr Anhänger auch einer dieser Talismane? Du zeigst auf die Kette. Ach, der. Sie legt den Anhänger auf ihre Handfläche. Im Licht funkelt sein ockerfarbenes Herz. Nein, das ist ein besonderes, himäisches Amulett, das von den Schamanen der Wüstenpygmäen mit einem Verleitungszauber gesegnet wurde. Es soll die Leute dazu verleiten, Bücher zu kaufen. Im ganzen Laden setze ich Zauber ein. Die Bücher wurden beispielsweise mit einem anderen Anreizzauber belegt. Sie nickt. Damit werden die Verkäufe garantiert um 15% gesteigert. Oh Mann ey. Alles klar. Wenn du das sagst. Doch, aber wir glauben ja auch dran. Was ist mit den Schutztalismanen an der Hintertür? Sind die auch seminesisch? Ja. Die Seminesen sind wirklich sehr schlau. Ihre Schutztalismane sind äußerst mächtig. Andere Arten von Schutztalismanen würden hier nicht helfen. Gut. Warum haben sie nicht gleich gesagt, dass es um den Fluch geht, als ich das erste Mal hier reingekommen bin? Man sollte nicht im Detail über den Fluch reden. Die Negativität. Sie schaudert. Sie ist gefährlich. Die Geister aus dem Nichts werden wütend, wenn man über sie redet. Solche Geister sind keine leichten Gegner. Wappne dich, sagt der Körperapparat. Okay. Ich hätte vielleicht noch andere Fragen, aber ich glaube nicht. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Gut. Schauen wir uns mal um, ob wir da oben ein paar Kakadus finden, beziehungsweise ein Buch. Hier waren die Biografien, glaube ich, ne? Ah, hier. Ja. Die größten Schuldreihen könnten wir uns auch noch kaufen. Haben wir uns die Bücher noch nicht angesehen? Dir schwirrt der Kopf, als du dir all die Bücher und ihre Titel ansiehst. Keins der Bücher scheint wichtig oder relevant zu sein. Alles nur geistloser Egoismus. Passt doch zu uns. Plötzlich fällt dir ein besonders seltsamer Titel auf. Er lautet Rasante Liebe. Die tragische, wahre Liebesgeschichte von Jacob Irv und Elfie de la Trasse. Von einer gewissen Cecilia Everbrook. Okay, worum geht's da? Rasante Liebe erzählt die Liebesgeschichte zweier der herausragendsten Tip-Top-Tourneefahrer, die es jemals gab. Einer von ihnen ist Jacob Irv, der verrückte Rennfahrer. Seine blonde Mähne prangte auf dem Buchdeckel. Neben Irvs Lebensgeschichte siehst du eine schmale Biografie über einen occidentalen Rockstar, der der Anti-Star genannt wird. Er ist berühmter für sich Morphium in einen Augapfel injiziert zu haben und Kokain in den anderen. Daneben steht Guillaume Bevy, der Rewa-Schola-Rundfunk-Moderator, vor einer heruntergekommenen Drogenhöhle. Er ist fester Bestandteil von Kanal 8, wo er über wahre Verbrechen berichtet und allen Polizisten den Tag verdirbt. Ich muss wirklich darauf bestehen, dass sie eins der Bücher kaufen. Die Ladeninhaberin unterbricht ich. Lesen ist hier nicht kostenlos. Sie dürfen sich gerne umsehen, aber nicht zu lange. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht hetzen. Sie sehen sich ja gerade um. Bitte, nehmen Sie sich Zeit. Zeit ist Kommerz. Pleasance. Also trotzdem können wir uns davon leider kein Buch kaufen, sonst hätte ich mir das mit der Drogenhöhle oder das mit dem Morphium und dem Kokain in den Augapfel. Das hätte ich gerne nachgemacht, aber die großen Schildreihen. Also vielleicht müssen wir uns noch ein paar Bücher kaufen. Die bringen bestimmt auch Punkte, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube hier, jawohl, von Ar bis Zieb. Das ABC des wohlerzogenen Kakadus. Ein Kakadu mit schwefelgelber Haube prangt auf dem Buchdeckel. Sein Schnabel ist ein Stück weit geöffnet. Es sieht aus, als rufe der Vogel den Titel des Buches. Von Ar bis Zieb, das ABC des wohlerzogenen Kakadus. Wie schön. Wir blättern mal ein bisschen im Buch herum. Es stellt sich heraus, dass es viele verschiedene Kakadu-Arten gibt und alle Verhaltensprobleme haben. Du hast keine Verhaltensprobleme. Das ist Müll. Das brauchst du nicht, sagt unsere Beherrschung. Na gut, wir fragen mal Pleasence. Können Sie mir etwas zu diesem Buch über Kakadus sagen? Das müssen Sie haben, falls Sie sich an Kakadu halten. Ich habe gehört, dass Sie ziemlich launisch sind. Okay, wir können es klauen mit Mechanik. Aber wir haben leider einen wütenden Blick der Ladeninhaberin. Deswegen einen Punkt erschwert, aber trotzdem noch 72%. Oder wir können uns das kaufen für vier. Wir haben ja 41. Ich gucke nochmal, ob wir unsere Mechanik verbessern können. Wir haben, glaube ich, naja, wir haben schon die Handschuhe an für die Mechanik verflixt. Aber ich glaube, so wie wir drauf sind, haben wir denn bei der Mechanik ist plus eins. Ja, ich glaube, wir kriegen von nichts anderem sonst einen negativen Punkt oder sowas. Vielleicht müssen wir uns doch mal die Hose von Kuno kaufen, da das auch eine Aufgabe ist. Sollten wir vielleicht tun, aber ich probiere mal das Ding zu klauen. Passt zu uns, 72%. Daumen drücken und los. Natürlich nicht, verdammt. Langsam bewegst du deine Hand zu dem Kakadu-Wälzer. Bevor deine Hand das Buch berührt, wirst du unterbrochen. Der Lieutenant hustet laut und flüstert dann, ist das wirklich nötig? Ich glaube nicht. Er hat uns gerade 130 Real gesehen und muss jetzt mal zugucken, wie wir hier die Sachen klauen. Ich glaube, ach doch, wir dürften es nochmal machen. Wenn wir in Mechanik was investieren. Na, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben ja noch was vor. Gehen wir jetzt zu Manjana. Und das böse Wesen verfolgen können wir natürlich auch machen. Wir wissen, wo der Schornstein ist. Da können wir eigentlich relativ fix, wenn wir da durchgehen. Ja, komm. Wir gehen da durch nochmal. Kim bleibt zurück. Willst du jetzt hier stehen bleiben, oder was? Na, mal gucken, ob er mitkommt. Kim ist irgendwie echt weg, oder was? Ne, da ist er. Hat sich hinter der Tür versteckt. Ah, hier können wir auch nochmal, glaube ich. Das könnten wir nochmal machen. Wir haben den Körperapparat ja gesteigert. Legendär. Wir haben allerdings Kopfschmerzen. Seit wann haben wir denn Kopfschmerzen? Körperapparat 7. Dann tun wir uns gleich wieder weh, ne? 57 Prozent ist ja heftig. Wollen wir den Körperapparat nochmal erhöhen? Ich gucke nochmal. Ich glaube nicht, dass wir hier was haben. Nein, haben wir nicht. Ja, so ein bisschen Gesundheitsschaden hat noch keinem geschadet. Ich glaube, wir können die Handeln da jetzt nicht liegen lassen. Also los, komm. Kopfschmerzen, mein Ach, schon wieder nicht. Oh, Mann. Natürlich. Mit Gummihandschuhen ist vielleicht auch eine blöde Idee. Aua. Ja, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Es gelingt dir, die Handel anzuheben, aber sie liegt wackelig und gefährlich in deinen vor Schweiß rutschigen Händen. Wie sich herausstellt, bist du kein Tier, sondern nur ein alter Mann, der schlecht in Form ist. Selbst dein Körper hat dich im Stich gelassen. Es grenzt an ein Wunder, dass du dich nicht verletzt hast. Ähm, ich glaube, haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Es sieht so aus, als ob nicht. Ähm, ich bin wohl etwas außer Form. Vielleicht sind aber auch bloß diese Handschuhe für den Arsch. Das würde ich mal sagen. Mit richtigen Gewichtheberhandschuhen hätten sie auf jeden Fall einen besseren Halt, stimmt der Lieutenant zu. Alles klar. Ich probiere es nochmal mit Gewichtheberhandschuhen. Später mal. Jetzt gehen wir erstmal der anderen Sache hier auf den Grund. Verflixt doch mal, ey. Oh, er möchte mit uns reden. Kim möchte mit uns reden. Was ist denn los? Es ist dunkel, bemerkte Lieutenant zutreffend. Die Taschenlampe funktioniert übrigens sehr viel besser, wenn man sie in der Hand hält. Ja, ja, schon kapiert, Kim. Kein Grund, Salz in die Wunde zu streuen. Das könnten wir sagen, aber ich glaube, wir sagen eher, Taschenlampen gehören in die Hand. Du starrst deine Hand voller Unverständnis an. Allerdings, sagte Lieutenant. Man könnte es sogar für eine Konstante des Universums halten, dass man Werkzeug halten muss, um es zu benutzen. Das leuchtet mir ein. Gut, dann wollen wir mal. Der Lieutenant nickt. Mensch, Kim passt sich schon ein bisschen an an uns. Möchtest du nochmal mit uns reden? Du willst nur wieder das Gleiche sagen, ne? Ich nehme mal die Taschenlampe in die Hand. Ich habe es schon verstanden, Kim. Ich nehme auch die Plastiktüte in die Hand, weil die ist noch wichtiger. Ja, wir haben hier nämlich noch nicht geguckt, ob hier vielleicht. Aber hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir mal rein in den Spaß und suchen, beziehungsweise gehen in den Keller. Da geht es hoch, da geht es rum. Und hier hinten geht es ums Eck, glaube ich. Ne, das war der andere Raum. Moment, wir müssen erst da oben wieder rein. Ach verdammt, jetzt verlaufe ich mich schon wieder hier. Da müssen wir hin. Da oben lang. Lauf, Junge, Lauf. Okay. Dann werden wir mal in den Kamin reinbrüllen. Im Idealfall. Oder sonst irgendwas machen. Vielleicht können wir da auch irgendwie, naja, gegen treten können wir auf jeden Fall. Da tun wir uns wieder weh, aber gut. So, und hier können wir auch noch was probieren, glaube ich, wegen dem Körperapparat. So. Ah, das müssen wir auch. Das war auch eine Probe. Du brüllst Hallo in den Heizofen. Plus eins, weil wir gegen den Heizofen getreten haben. Plus eins, weil dein Hals befeuchtet ist. Haben wir immer noch den Alkohol in der Tasche, oder was? Also in der Tasche ist gut. Also im Hals, das ist ja interessant. Also geht auf jeden Fall mit 97 Prozent. Das sollte doch mal klappen. Etwas in dir bricht sich Bahn. Ein kraftvolles Brüllen halt durch die Tiefen des Kamins. Die dünnen Stimmen verstummen plötzlich. Dann. Hallo. Hallo. Hörst du eine Frauenstimme antworten. Hier ist die Polizei. Wer ist da? Oder ich rufe den Geist dieses verfluchten Gewerbeblocks, antworte mir Wesenheit. Hallo, sind Sie da? Sprechen Sie mit mir. Ähm, 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 ich rufe den Geist dieses verfluchten Gewerbeblocks, antworte mir Wesenheit. Hallo, haben Sie etwas gesagt? Es entsteht eine kurze Pause. Ich kann Sie nicht verstehen. Kommen Sie bitte nach oben. Im Obergeschoss gibt es einen Sicherheitsrollladen. Ach so, im Obergeschoss gibt es einen Sicherheitsrollladen. Ich mache ihn auf. Oben hörst du ein leises Rumpeln. Das Geräusch eines Rollladens, der hochgezogen wird. Der Lieutenant nickt und deutet dann nach oben. Nach Ihnen, Herr Kollege. Alles klar. Dann brauchen wir auch nicht mehr mit dem Fuß dagegen treten. Ähm, im Obergeschoss. Also gehen wir wieder hier rum, ne? Oder ist das hier unten ums Eck? Hm, ich glaube, hier gab es ja auch eine Treppe nach oben, richtig? Muss ich mich einmal kurz hier... Hier geht es auf jeden Fall nach oben, aber ich glaube, da geht es raus. Bin mir nicht mehr sicher. Wir schauen mal. Ja, es lädt so lange, ich glaube, da geht es raus. Ja, da geht es raus. Können wir wieder rein. Jawohl. Dann müssen wir auf der anderen Seite rum. Jetzt rennen wir aber mal. Hier ist der Kamin, dann außenrum, hier nach oben. Wir sind ganz aufgeregt. Die Wesenheit, der Geist, des verfluchten Gewerbeblocks. Klang jetzt relativ freundlich, muss man sagen. Aber möglich ist alles. Hier. Da geht es nach oben. Da waren wir auch noch gar nicht. Also hier geht es rein. Da gibt es noch was aufzusammeln. Sieht nach Medizin aus. Nein. Das ist die Postkarte. La Delta 51. Und wir haben einen Gedanken. Die Dielen knarren. Ja gut. Super Gedanke. Und hier Schuhe in einer Pfütze aus schmelzendem Schnee. Okay. Einmal kurz die Postkarte anschauen. Das Sonnenlicht hat dieser Postkarte einen fast durchgehend sepia-braunen Ton verliehen. Der Innenstadtverkehr zieht vorbei. In der Höhe verschwinden die Geister der Wolkenkratzer in einem gelblichen Mittagsnebel. Von dem Delta, auf dem der Bezirk gebaut wurde, steigt Dampf auf. Die Postkarte ist frankiert. Na gut. Gehen wir hier nach oben. Und da ist der Geist, der weit weniger Geist ist, als man annehmen könnte. Dieser Sortierkasten ist voller Würfel. Es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten, hunderte von ihnen. Der ist umfunktioniert und es hält tausende von ihnen. Dieser Würfel, irgendwas wurde als Würfelspender umfunktioniert. Der Text ist wieder ganz woanders, wo er nicht hin soll. Sagen wir mal Hallo. Und leuchten ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht. Die Würfelmacherin. Hallo. Ich heiße Neha. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Smart grünes Licht dringt durch ihr Haar. Haben Sie versucht, an mein Fenster zu klopfen? Das muss mir entgangen sein. Ich habe mir nämlich meine Milieus angehört. Sie tippt gegen ihre Kopfhörer. Also, nach was für einem Würfel suchen Sie? Sie hat einen direkten Blick auf den Hinterhof. Du solltest sie zum Lynch-Mord befragen, sagt unser visuelles Kalkül, das ausnahmsweise mal erfolgreich gewürfelt hat. Aber wir fragen erst mal, Moment mal. Was meinen Sie mit Milieus? Also, ein Milieu ist wie eine Funkstation, die man anrufen kann. Dazu benötigt man ein Funksprechgerät. Deshalb habe ich die hier. Sie streichelt über die Kopfhörer auf dem Tisch. Zum größten Teil lernt man dort in verschiedenen Sprachen zu fluchen, aber auf einigen Stationen kann es ziemlich interessant werden. Ich war so ans Funken versunken, äh, ins Funken versunken, dass ich ihr Klopfen überhört haben muss. Ähm, Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Ich habe nicht an ihr Fenster geklopft. Wie sind Sie dann hier hereingelangt? Durch den Südeingang? Sie blinzelt. Wissen Sie was? Es ist auch egal. Wichtig ist, dass Sie jetzt hier sind. Reden wir lieber über Würfel. Schwebt Ihnen etwas Bestimmtes vor? Warum fragen Sie mich nach Würfeln? Ich bin eine Würfelmacherin, antwortet sie. Verraten Sie mir den Namen Ihres Rollenspielsystems und ich fertige Ihnen den Würfel, den Sie benötigen. Deshalb sind Sie doch hier, oder? Ja, ich spiele Disco Elysium und ich brauche eindeutig gezinkte Würfel für dieses Spiel. Während sie spricht, spielen Ihre knochigen Finger an einem Ring herum. Ihre Knochen sind grazil, aber Ihre Hände sind stark. Ich weiß nicht genau, warum ich hier bin. Klar, ich mag Rollenspiele. Ich benötige ein paar Würfel. Nein, ich war auf der Suche nach etwas anderem. Momentan möchte ich keine Würfel. Doch, klar, ich mag Rollenspiele, ich benötige ein paar Würfel. Sehr gut, sagt sie. Jedes meiner Sets kostet 10 Real, es sei denn, Sie möchten etwas wirklich Ungewöhnliches haben. Schauen Sie sich um und überlegen Sie sich, ob ich einen bestimmten Stein verarbeiten soll. An den Wänden um Sie herum prangen Reihen wertvoller Steine und Mineralien. Ähm, ja, muss ich mal gucken. 10 Real ist ganz schön teuer jetzt für uns. Wie sind Sie Würfelmacherin geworden? Fangen wir doch so mal an. Wie ich es geworden bin? Das war eine unternehmerische Entscheidung. Anfangs war ich eine normale Juwelierin, aber das ist ein viel zu unspezialisiertes Geschäftsfeld, in dem zu viel Wettbewerb herrscht. Einige meiner Freunde waren Rollenspieler. Sie haben mich gebeten, Ihnen aus Kobalt polyedrische Würfel anzufertigen. Das war mein erster Auftrag. Von da an ist mein Geschäft gewachsen. Spielen Sie selbst Rollenspiele? Kaum. Ich mag die Arbeit mit seltenen Materialien und ein beständiges Einkommen. Und Rollenspieler sind angenehme Kunden. Okay. Ähm, vielleicht möchte ich einen Würfel bei Ihnen bestellen. Natürlich, sagt sie mit einem Nicken. Das ist Ihre Aufgabe. Sagen Sie mir, was Ihnen vorschwebt. Kennen Sie das Viral Untethered Universum? Dafür hätte ich gerne einen Würfel. Haben Sie irgendwelche verfluchten Würfel? Erzählen Sie mir von Ihrem außergewöhnlichsten Würfel. Ich weiß eigentlich gar nicht, was für einen Würfel ich haben möchte. Ich hätte gerne einen einfachen, normalen Würfel, einen ganz regulären. Ich, ähm, erzählen Sie mir mal von Ihrem außergewöhnlichsten Würfel. Ein vom Himmel gefallener Stern? Solche Würfel kosten aber mehr als sieben Real. Sind Sie sich sicher? Du hast doch gerade gesagt, die kosten zehn Real. Ja, ich bin selbst ein Stern. Ein Star, ein Superstars. Und Superstars ist nicht zu teuer. Ja, Sie haben auf jeden Fall die richtige Einstellung. Wie wäre es mit einem Paar hundertseitiger Würfel? Sie bestehen aus Elfenbeinen und sind mit Magnetsteinen eingelegt. Das sind natürlich vorkommende Magneten, die Ihre anziehende Persönlichkeit ergänzen. Ach so, natürlich vorkommende Magneten. Okay. Das macht dann zehn Real. Sie können die Würfel in acht Stunden abholen. Ähm, ich finde das irgendwie ganz cool. Aber warte mal. Aber kann man mit magnetischen Würfeln überhaupt ordentlich würfeln? Stimmt, magnetische Würfel sind auf jeden Fall anders. Wenn sie zusammengeworfen werden, beeinflussen die Magnetfelder der Augen sich gegenseitig. Sie stoßen einander ab oder ziehen einander an. Es ist wie bei allen anziehenden Persönlichkeiten. Das heißt, wir kriegen immer sozusagen so eine mittlere, also ich meine, wenn man es jetzt mal, wenn man mal annimmt, wir könnten wirklich damit würfeln. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, weil das habe ich beim letzten Mal, habe ich glaube ich keinen bestellt. Dann hieße das beim Magnetischen, dass die immer in der Mitte landen oder was? Weil sie sich an- und abziehen, dann ist es immer 1,6 oder 3,4 oder sowas oder was? Verstehe ich nicht. Also was heißt, verstehe ich nicht? Also könnte ich mir vorstellen. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Haben Sie auch irgendwelche verfluchten Würfel? Was meinen Sie mit verflucht? Ja, abracadabra verdorben wie diese Welt oder so verflucht wie dieser Gewerbeblock? Bringen wir das doch mal ganz kreativ ins Spiel hier. So verflucht wie dieser Gewerbeblock. In Ordnung, soll ich Sie einfach überraschen? Kommen Sie in 8 Stunden mit 7 Real zurück, dann gebe ich Ihnen Ihren verfluchten Würfel. Ne, da muss ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Wenn ich damit nachher würfeln soll, will ich keinen verfluchten Würfel haben, glaube ich. Ich würde gerne nochmal nach der Meinung fragen, was zu meiner Persönlichkeit passt. Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. Erstmal sage ich jetzt, ich brauche noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Und das mache ich auch gleich. Ich würde das kurz beenden. Und beim nächsten Mal, liebe Freunde, geht es weiter mit dem Gespräch der Würfelmacherin und uns. Und wir bestellen uns, glaube ich, einen Würfel. Mal gucken. Die paar Cents haben wir schon und ein paar Flaschen finden wir auch noch. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gut, bis zum nächsten Mal.